Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Wir besprechen hier den Film. Morgen ist auch noch ein Tag und heute ist auch noch ein Podcast oder so. Jedenfalls ist das ein Film, den ich überhaupt nicht gesehen habe. Zum Glück ist aber Stu hier, denn der hat ihn gesehen. Hi Stu. Hallo und vielen Dank für eure und deine Zeit. Wer bin ich überhaupt? Ich bin Schlogger. Vorstellen wäre vielleicht auch mal höflich. Und lieber Stu, morgen ist auch noch ein Tag. Um was geht es denn in diesem Film überhaupt? Ja, der Film spielt im Rom des Jahres 1946, also kurz nach der Befreiung vom Faschismus. Und die Hauptfigur ist Delia, gespielt von Paola Cortellesi oder Cortellesi. Es tut mir leid. Und die lebt mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann. Ich würde nicht sagen, dass sie am Hungertod nagt, aber eher in ärmlichen Verhältnissen. Die Beziehung der beiden ist auch relativ klar. Ja, sie verdient das Geld, er verdient das Geld und er geht aber dann abends auch in die Kneipe. Und wenn ihm irgendwas nicht passt, dann muss sie es ausbauen und will sagen, er schlägt seine Frau des Öfteren selbst für kleinste Fehler. Wir lernen dann halt so ein bisschen den Alltag von Delia kennen und erfahren auch, dass sie einen, ja ich würde sagen, so einen heimlichen Geliebten hat, mit dem sie früher mal hätte abhauen können, das aber nicht getan hat. Und ihre älteste Tochter lernt dann einen jungen Mann kennen und möchte den heiraten. Und ja, das tritt jetzt keine Ereigniskette in Gang, aber es ist so ein bisschen der Startschuss für diesen Film, der lange Zeit, nämlich bis in den letzten fünf Minuten, eigentlich komplett verschweigt, was er eigentlich erzählt. Oh, das klingt aber sehr spannend. So, erstmal die Frage, du hast gesagt, sie verdient auch Geld, ist das richtig? Also sie beide verdienen Geld, aber er versäuft es, tut aber nach außen so, als wäre er der große Ernährer, richtig? Genau, genau. Also es ist ein sehr klassisches Rollenbild. Sie putzt, sie kocht, sie macht Nebenaufgaben, also sie schneidert irgendwie Regenschirme, sie gibt Patienten irgendwelche Spritzen, warum sie das kann, keine Ahnung, bin ich hier genau erklärt. Sie verdient also wirklich viel. Es ist auch ein sehr klassisches Bild, dass wir sehen, wie sie arbeitet und immer wieder so ein bisschen Geld zurücksteckt, weil er halt eben auch dafür bekannt ist, gerne mal in die Kneipe zu gehen und da halt eben das Geld zu versaufen oder beziehungsweise auch gerne mal zu einer Prostituierten anscheinend geht. Man muss dazu aber ganz klar sagen, der Film ist wirklich visuell auch komplett auf diese Delia fokussiert. Wir sehen von ihrem Mann Ivano immer nur dann was, wenn er auch wirklich in ihrer Nähe ist. Also das klingt ja recht schwarz-weiß, also als wären wir eindeutig auch auf ihrer Seite und er ist der Böse. Ist das so? Böse ist jetzt, naja, also er ist ein Arschloch, das kann man glaube ich nicht anders sagen. Er ist einfach ein riesengroßes Arschloch. Im Haushalt lebt auch sein Vater, der ist aber halt bettlägerig und da merkt man auch schon, woher er da kommt. Also da wird dann auch schon mal gesagt, ja, du hast dir die falsche Frau ausgesucht und sie ist eine Frau, mit der kannst du halt Kinder machen, aber danach hört es auch auf. Solche Sprüche kommen da. Und schwarz-weiß ist auch ein perfekter Stichpunkt. Der ganze Film ist in schwarz-weiß. Also es ist wirklich, okay, der ganze Film ist in schwarz-weiß gedreht, das heißt, er hat auch inszenatorisch, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Was auch wichtig ist, klar, wenn ich hier jetzt so plakativ sage, er ist der Böse, wir möchten hier natürlich ganz klar andeuten, auch betonen und es ist auch gut, dass du das nochmal sagst, dass natürlich kein Mensch, zumindest laut meiner Theorie und der auch einiger Psychologen, böse geboren wurde, sondern auch eben das Produkt seiner, was er gelernt hat und hier auch eben wahrscheinlich von dem Vater ist, was man da zum Glück in dem Film dann eben auch gezeigt bekommt. Das finde ich ja wieder ganz cool, das klingt ganz interessant. Aber zurück zum inszenatorischen, also der Film ist in schwarz-weiß gemacht und das passt dann auch gut dazu, also hat das nicht altmodisch gewirkt? Nein, nein, gar nicht. Ich war ein bisschen, am Anfang ein bisschen ratlos, weil der Film spielt 1946 und das spielt auch, also so die Kleidung, die Häuser, das alles sieht auch sehr alt aus, auch wie Leute sich verhalten, wie sie reden, aber trotz allem wirkt der Film unglaublich frisch und das nicht nur, weil hin und wieder mal wirklich auch moderne Musikstücke da eingeflochten wurden, sondern weil der einfach so was Vitales hat und ich habe ja schon gesagt, du erfährst eigentlich erst nach so den letzten fünf Minuten, worum es eigentlich geht. Und es gibt im Film nämlich eine Art Brief, der für Delia sehr wichtig ist und du fragst die ganze Zeit, was steht in diesem Brief drin? Ist es vielleicht von ihrem Geliebten? Ist es vielleicht eine Eintrittskarte? Ist das vielleicht das Ticket für das Schiff, mit dem sie endlich dieser Ehehölle entkommt? Und ich war dann wirklich überrascht, was es ist, ich werde es dir nicht verraten, ich habe eine Panik und mein erster Moment war so, hm, das ist aber ein bisschen wenig. Aber wenn man es dann nochmal Revue-Kapitel nennen, Revue passieren lässt, genau. Dankeschön. Dann öffnet das, also ich kam nur aus dem Film raus wirklich und dachte, wie gesagt, am Anfang so, okay, was soll, und dann öffnete sich die Tür und ich dachte, wow, das ist natürlich, klar, das macht Sinn. Alles, was in diesem Film dann gezeigt wurde, machte dann nochmal mehr Sinn. Das war eine ganz, ganz hinreißende, tolle, erbauende Geschichte, die hier wirklich, das will ich erwähnen, Die Hauptdarstellerin, diese Paola Cortellessi, hat ihr den Film auch mitgeschrieben und ihn inszeniert, ist ihr Regie-Debüt und die hat da hervorragende Leistungen erarbeitet, also wirklich vorne in der Kamera, famos. Okay, es klingt so, als wärst du, als fändest du den Film ganz gut. Total, also ich bin jetzt kein Fachmann, was diesen italienischen Neorealismus angeht, der so halt 1945, glaube ich, aufgekeimt ist. Neorealismus in Italien war ja so, alles ist sehr ernst und wir zeigen wirklich, dass das normale Volk und wir zeigen es, wie es wirklich ist, dass wir bemühen uns um Authentizität und der Film, am Anfang dachte ich wirklich, das ist eine Hommage auf diese Zeit, aber es ist keine Hommage. Er ist wirklich sehr daran erpicht, wirklich seine Geschichte zu erzählen und es gab sogar ein paar Momente, wo ich wirklich unstürzig war, wie ich das finden soll. Als Beispiel, wenn der Ivano, also der Ehemann, seine Frau halt schlägt, dann gibt es einmal den Moment, wo die Regisseurin das inszeniert mit einer Musik, als würden sie tanzen. Das heißt, er schlägt sie dann, sie fliegt wirklich durch die Küche und dann hebt er sie aber auf und wirbelt sie wie tänzerisch durch die Küche und aus diesem tänzerischen wird dann wieder was Aggressives. Und ich dachte dann eine Zeit lang, okay, das passt mir gerade nicht, das ist irgendwie unschön und dann aber dachte ich mir, ja, aber dadurch wird es irgendwie nochmal unangenehm. Okay, aber das heißt, Entschuldigung, das heißt aber, dass der, also sie tanzen ja offensichtlich nicht, das heißt, es wird ein bisschen Fiktion und Vorstellung und Kunst dann reingemischt in die reale Erzählung? Ja, genau. Okay, Entschuldigung, was wolltest du noch sagen? Ich wollte nur sagen, dass dieses Unangenehme noch mal unterstrichen wird dadurch. Also es war eine wirklich gut inszenierte Szene und in den ersten Momenten dachte ich mir so, nee, das kannst du doch so nicht bringen, du kannst doch jetzt hier nicht einfach den Missbrauch an einem Menschen irgendwie vergleichen mit einem Tanz. Aber das ist für sie ja quasi schon ein Tanz, das ist sowas Alltägliches wie ein Tanzen, weil für sie als Figur, es ist ja nicht das erste Mal, dass ihr Mann ihr eine scheuert. Ganz ehrlich, der Film fängt damit an, dass sie aufsteht, sie sagt guten Morgen und das erste, was der Arsch macht, ist, der Herr scheuert ihr eine. Okay. Es ist wirklich ein toller Film, weil am Ende, wenn man ihm weiß, worum es geht, wirklich so ein ganzes Horizont sich öffnet. Und das fand ich so famos. Also ich bin da wirklich raus. Also ich bin da wirklich rausgekommen und ganz viele Aspekte des Films machten dann wieder mehr Sinn. Zum Beispiel, warum sie versucht, die Beziehung von ihrer ältesten Tochter zu sabotieren und solche Sachen. Warum sie nicht will, dass ihre Tochter schon irgendwie mit 17 Jahren heiratet, obwohl sie zu Beginn des Films voll dafür ist und das auch total begrüßt, dass ihre Tochter endlich jemanden hat. Wie alt sind denn die Kinder? Sie hat drei Kinder? Die hat drei Kinder. Eine Tochter, die ist, das Alter wird nie gesagt, aber ich würde schätzen, die ist so zwischen 17 und 18. Und die beiden Söhne, der eine ist, ich würde sagen, 10 und der andere ist vielleicht nie. Oh, okay, also relativ Junge noch. Ja, mit dem Tanzen ist auch interessant, vielleicht auch, weil er ja dann führt und sie muss sich dem hingeben, wie er entscheidet, dass sie zu laufen hat und zu leben hat. Vielleicht ist das auch ein Bild, was da dazu dann passt. Passiert es öfter, dass da so Fiktionales reingemischt wird im Film? Nee, gar nicht so häufig. Also der Film hat eine Laufzeit von ungefähr so, ich würde sagen, 120 Minuten und in diesen zwei Stunden gibt es vielleicht drei Momente, in denen halt moderne Musik zu hören ist oder halt eben diese Tanzsequenz kommt. Okay, ja, moderne Musikstücke, das klingt ja auch schon so ein bisschen fiktionalisiert, weil die ja offensichtlich nicht von damals sind, diese Lieder. Ja, aber der Film wirkt trotzdem wirklich als wie so eine Herausnahme der damaligen Zeit. Das ist jetzt kein Film, der darauf erpicht ist, zwanghaft Modernität mit damaligen zu mischen. Also alle diese Musikstücke haben auch nochmal eine besondere Bedeutung, weil das, was gesungen wird, das hat auch nochmal die Bedeutung davon. Der Text ist auch wichtig. Genau, also jemand war im Kino mit dabei, die konnte dieses Italienische, die meinte halt, wenn man es halt liest, ist es das eine, aber wenn man es wirklich dann auch hört und versteht, dann hat es nochmal eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Gewichte. Also du hast eine Version gesehen, in der die Liedertexte dann auch untertitelt darstanden? Genau, es hat den Originalton gesehen mit deutschen Untertiteln und da man italienisch nicht so flüssig ist, war ich dann ganz dankbar für die Untertitel. Ah, ist interessant. Okay, du meintest ja schon, du hast angesprochen, dass das Ende für dich so noch mehr vom Film aufgeschlossen hat, aber du deutest eben auch an, dass das nicht heißt, dass der Weg bis zum Ende irgendwie anstrengend war, sondern dass dir auch der ganze Film an sich gut gefallen hat, richtig? Tatsächlich, ja. Es gab Momente, die fand ich amüsant. Das war jetzt kein reines Lachfest, aber ich musste schon ein paar Mal vergnügt in die Leinwerke schauen. Das Ende ist sehr spannend, weil am Ende gibt es auch so eine Art Kampf oder Wettlauf gegen die Zeit und ich kann es nicht besser beschreiben, aber diese Paola Cortellessi hat einfach eine unglaublich tolle Präsenz als Delia, weil sie wirkt zum einen halt immer so ein bisschen nicht schutzlos, weil es ist so traurig, weil du siehst halt, dass sie sich in ihrem Schicksal so ein bisschen abgefunden hat auch, weißt du? Es gibt einen Moment, da nimmt sie was, ich glaube die Kartoffeln sind angebrannt, also ihre Tochter sind die Kartoffeln angebrannt und der Vater bemerkt das und sie sagt halt, nee, nee, das mit Kartoffeln war ich und schützt also so ihre Tochter und ist so stolz darauf, dass sie jetzt die Schläge abbekommt und nicht ihre Tochter und das geht halt einem zu Herzen, weil man sagt, Kind, das ist doch, was für eine Schweinerei. Oh Gott. Oh, ich bin echt ganz froh, dass wir nicht mehr 1946 haben und ich bin echt ganz froh, auch heutzutage noch, dass ich noch ein Mann bin. Okay, krass, aber du sagst, es ist kein hier Elendsporno, wem könntest du den Film denn empfehlen? Also du weißt ja zum Beispiel, dass ich halt auch nicht so viel von so Elend aus, würdest du sagen, dass ich diesen Film dann gucken könnte? Ja, ja, glaube ich schon. Er bietet wirklich auch immer wieder Szenen, die das so ein bisschen, ich sag mal, kompensieren, diese harten Szenen. Wenn es dann zu diesen harten Szenen kommt, die sind auch jetzt nicht so, dass sie dir auf Teufel komm raus alles zeigen. Vieles wird auch der Landwirkszeichen Fantasie überlassen. Und das Ende ist halt echt kraftvoll und so hoffnungsvoll und auch schön, ohne aber jetzt auch zu verlogen zu sein, dass es wirklich toll war. Also ich hatte den Film null auf dem Schirm. Ich habe da ein bisschen recherchiert und das war tatsächlich der erfolgreichste Film in Italien letztes Jahr. Der war in Italien erfolgreicher als Oppenheimer und Barbie. Ach krass, das habe ich glaube ich sogar gehört. Ich kriege ja immer so Clickbait angezeigt. Film, der erfolgreicher ist als Oppenheimer und Barbie. Okay, ja. Falls ihr es vergessen habt, wir haben hier gerade, oder wir sprechen hier gerade über Morgen ist auch noch ein Tag. Ich habe auch noch gar nicht gesagt, wann der anläuft. Der soll am 4. April in den deutschen Kinos laufen, richtigst du? Das ist richtig, ja. Und ich war mir unsicher, aber ich glaube, es gibt auch eine deutsche Synchronisation. Und du würdest ihn auf Deutsch empfehlen dann oder lieber auf Original mit Untertiteln? Ich habe ihn nur im Originalton gesehen. Ich bin ja jemand, egal ob Originalton oder deutsche Fassung, guckt halt das, was euch lieber ist. Ich kann da jetzt keine Präferenz fällen. Ich kenne nur die eine Fassung. Ich hatte aber kein Problem damit. Also wenn ihr kein Italiener sprecht, guckt halt, dass der Untertitel dabei ist. Das ist wichtig. Ich sehe hier gerade noch auf IMDb, worauf ich gegangen bin, um den Erscheinungsdatum das nachzuschauen. Wobei mir immer von dir gesagt wird, IMDb ist nicht zuverlässig. Deswegen habe ich es kurz mit dir abgeklärt. Hier wird es als Comedy und Drama betitelt. Es klang jetzt wirklich gar nicht nach Comedy, obwohl du kurz gesagt hast, dass du auch kurz schmunzeln musstest. Würdest du es denn trotzdem teilweise wirklich als Comedy bezeichnen? Nein, das habe ich mir fast gedacht. Es macht Freude, diesen Film zuzugucken. Interessant. Das auf jeden Fall. Es macht echt Spaß, die zuzugucken. Und er ist sehr interessant und er ist sehr kraftvoll. Das ist so ein Film, der ist kraftvoll, ohne aber jemals wirklich mit der Faust um den Tisch zu gucken. Okay, es klingt wie so eine Befreiungsschlagsgeschichte. Naja, okay. Hast du noch irgendwas, bevor du hier uns dein Fazit komplett darlegen möchtest? Nö. Okay, dann her mit dem Fazit, lieberst du. Ja, morgen ist auch noch ein Tag. Es war ein ganz, ganz toller, toller Film. Am Anfang saß ich in dem Kino und war mir unsicher und unschuldig, was das soll. Das Problem hatte ich ja auch vor einiger Zeit bei Minas Girl. Du wirst dich vielleicht erinnern. Und bei Minas Girl ist es ja nicht gut ausgegangen, aber hier ist es voll aufgegangen. Also das ist ein Film, der erst nachher so wirklich seine Größe sich offenbart. Bei mir hat es zumindest. Als ich aus dem Kino rausgekommen bin, dachte ich, ja, ist ein guter Film. Und dann saß ich in der Bahn und hab darüber nachgedacht und ich hatte an dem Tag noch einen anderen sehr guten Film gesehen. Und das war ein, ja, ein synapsisches Feuerwerk, das ich dann in der Bahn hatte. Und bin sehr dankbar für diesen Film. Großartiger Film, bitte guckt euch den an. Er hat seinen Erfolg in Italien mehr als verdient, denn Hot Take, ich weiß, man kann sich vergleichen, aber er ist besser als Barbie, er ist besser als Oppenheimer. So, jetzt hab ich's gesagt. Ja, okay, da rennst du bei mir auf den Türen ein, weil ich beide Filme ja nicht schlecht, aber auch nicht so gut fand. Aber wenn du ihn wirklich so toll fandst, morgen ist auch noch ein Tag und er eben in Italien auch so krass die Film-Hitlisten anführt, beziehungsweise die der Masse zumindest gerade. Das klingt ja wirklich sehr spannend und ich bin... Es überrascht mich halt eben auch, weil das ist jetzt auch kein Film, der so einfach ist. Wie soll ich sagen, das ist kein Film, den ich jetzt setzen würde unter dem Begriff Publikumsmagnet. Dass der so erfolgreich in Italien war, das ist schon wow. Okay, ja, ich bin gespannt, aber ich hab jetzt wirklich, bin neugierig und hab Lust, den zu sehen und find's schade, dass ich den nicht mehr angeguckt habe. Aber ich konnte immerhin mit dir darüber sprechen. Es war so wie eine kleine indirekte Sichtung des Films, so ein kleiner Teaser und ich danke dir dafür. Hier, ich runde das Ganze jetzt ab. Also, das war jetzt unsere Besprechung für morgen, ist auch noch ein Tag und ihr habt's gehört, Stu empfiehlt den auch gleich. Ihr könnt noch viel mehr Besprechungen von uns auch über andere Filme mitkriegen beim Tele-Stammtisch und überall, wo es Likes gibt, könnt ihr uns auch unterstützen oder Kommentare oder falls ihr eine ganz andere Meinung zu Filmen habt, zum Beispiel zu dem hier auch, haut das gerne einfach raus oder guckt euch an, was es noch so von uns gibt unter tele-stammtisch.de. Ich verabschiede mich hier schon mal, ganz untypisch für mich setze ich mich einfach mal an den Anfang, denn ich finde, meine Werbung passt hier nicht hin. Ich hab ja gar nichts dazu beigetragen. Ich sage schon mal Tschüss und dann sagst du Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Jo, vielen Dank fürs Zuhören. Hier noch kurz mein Ratschlag. Wenn ihr morgen das auch noch einen Tag sehen wollt, dann bringt euch das zwar nichts, aber geht trotzdem mal auf www.schlogger.de oder schloggershop.de. Da kennt ihr alles von Yoshi, ihre ganzen Comics. Ich glaube, sie würde sogar ihre Haare verkaufen. Die Frau ist einfach unersättlich. Das wäre jetzt ein bisschen doof, oder? Ihr könnt auch, bezahlt mich und ich schreibe euch auch einen Brief. Und vielleicht ist es dann auch so ein epochaler Brief, wie der Brief in Morgen ist auch noch ein Tag. Keine Ahnung. Aber ich wollte ja eigentlich keine Werbung machen, deswegen ist du pst. Aus jetzt. Achso, dann sage ich noch, seit zwei Wochen ist die dritte Folge Schocker mit Schlocker. Podcast mit du und mir über Horrorfilme. Brrrr. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.